Hi! Wir machen heute zusammen die Fortbewegung in der großen Vorwärtsstellung. Das ist eine Übung aus dem nördlichen Kung Fu. Ja, macht einfach mit, so gut ihr könnt. Wichtig! Ausgangspunkt sind immer Füße zusammen, die Hände sind an der Seite und dann gehen wir nach hinten rechts raus. Das vordere Bein ist 90 Grad angewinkelt und wir stehen ungefähr in Meter, je nachdem wie groß ihr seid, bis zu einem Meter auseinander. Hinteres Bein durchgedrückt, beide Füße zeigen nach vorne. Die rechte Faust kommt an die Brust, weil wir im Norden sind, im nördlichen Kung Fu. Die andere Faust ist nach vorne. Ziehen wir das hintere Bein ran, Knie bleiben, die Knie und nach vorne raus, Faust wecken. Einmal schnell, ohne Erklärung. Eins, zwei, drei. Eines ist noch wichtig, wenn wir die Fortbewegung gemacht haben, bei dem Schlag einmal ausatmen. Sehr gut, das war's schon. Viel Spaß beim Üben! 2 3 1 2 2 1 3 4 1 2 3 1